GTA 6 kommt raus! Im Dezember soll der Trailer nach 10 Jahren endlich online gehen, weshalb ich ein ganzes Kino für mich, meine Freunde und ein paar von euch buchen möchte. Nur um den Trailer zu schauen. Wir kommen dann ins Kino, sitzen dann da 2 Minuten und gehen dann wieder raus. Deshalb habe ich heute schon mit einem Kino telefoniert, was das Projekt zusammen mit mir auch umsetzen möchte. Nur es kostet eine Menge Geld. Deshalb ziehe ich es erst bei 50.000 Likes auf diesem Video durch. Haut in die Tasten, was das Zeug hält. Ihr wisst, ich ziehe das durch.